Guten Tag und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Mein Name ist André und ich darf euch heute hier diesen VW Touran vorstellen. In dem Video soll es vordergründig eigentlich um den Zustand des Fahrzeuges gehen. Prinzipiell haben wir bei Mobile an die 30 Bilder hinterlegt. Wem das nicht reicht, denke ich, kann hier einfach mal schauen. Das heißt, ich bin jetzt vorab schon mal ringsherum gegangen. Das Fahrzeug hat 120.000 Kilometer gelaufen und ist sechs Jahre alt in dem Fall. Ich denke, als Diesel eingefahren. Der hat jetzt keine größeren Gebrauchssprung, die zur Laufleistung nicht passen würden. Sicherlich irgendwo einen kleinen Steinschlag. Erwartet einfach kein neues Auto, weil das ist es nicht. Aber alles in allem, denke ich, ist der gut ausgestattet. Schwarz-schwarzes Auto in einem guten Pflegezustand. Der wird nie so lange stehen. Also wie gesagt, außenrum habe ich jetzt eigentlich nichts gesehen, was nie passt. Von daher, wir gucken einfach mal rein. Ich rieche auch gerne mal für euch rein. Hier riecht es wieder nach Hund, Katze, sonst was. Es riecht frisch. Das kann ich sagen. Also unser Kollege hat es ja auch professionell sauber gemacht. Wir checken die Fahrzeuge auch in der Werkstatt nochmal gegen. Bedeutet, dass wir es ordentlich als möglich an euch dann dementsprechend auch ausliefern können. Wir nehmen Autos in Zahlung. Ihr könnt sowas finanzieren. Wir bieten optional eine Gebrauchtwagengarantie an. Sowas kriegt ihr im Prinzip im Komplettpaket von uns. Schwarz-schwarzes Auto mit getönten Scheiben. Ihr habt die LED-Scheinwerfer, Navigation. Ihr habt da noch so ein kleines Gimmick, was ich gar nicht schlecht finde. Das ist eine Standheizung mit Fernbedienung. Eine schwenkbare Hängerkupplung. Riesen Kofferraum, wie es sich für einen Touran gehört. Wir haben hinten die Einzelsitze. Die kann man auch rausnehmen. Man kann die umlegen. Du hast hier eine ebene Ladefläche. Also wirklich jede Menge Stauraum. Hier ist noch ein Trennnetz vom Vorbesitzer mit versteckt, was wahrscheinlich noch nie benutzt worden ist. Ja, ich denke, das Auto wird nie lange stehen. Den finde ich selber ganz gut. Und das Facelift an sich sieht einfach auch ein bisschen frischer aus als das alte Modell. Von daher, wir gucken mal vielleicht noch, was für ein Reifen drauf ist. Wir haben einen Dunlop in dem Fall. Das lässt auch ein bisschen auf dem Vorbesitzer schliebsten, dass der sein Auto gemocht hat und hier den billigsten Kram verbaut hat. Dass der auch regelmäßig gewartet ist und alles. Also von daher, wenn ich das Interesse geweckt haben sollte, wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da. Samstag 10 bis 14 Uhr. Macht euch gerne einen Termin. Wir nehmen uns dann die Zeit für euch. Da könnt ihr das gerne Probefahren und alle Fragen ringsherum ums Fahrzeug einfach klären. Danke erstmal fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Video. Macht's gut. Bye, bye.